So, ja, willkommen zurück bei Axel & Pixel. Heute mal ohne Bild, weil ich ein bisschen kränkele und das möchte ich euch eigentlich ersparen. Genau, wir sind an der Schnecke vorbei. Wir bewegen uns offenbar jetzt auf eine große Schildkröte zu. Ja, schauen wir da einfach mal, was da so draus wird. Okay, die Schildkröte ist offenbar auf Ketten unterwegs. Finde ich süß, wie wieder diese schlecht animierten Tiere, aber dieser Vogel zum Beispiel, da ist die Schildkröte. Sehr süß. Krasse Augenfarbe hat sie. Aber sie kommt offenbar nicht raus. So, dann schauen wir mal, was wir hier antippen können. Da haben wir einen, ich würde sagen einen Briefkasten, oder? Ja. Okay, gut, Tim. Das habe ich jetzt verkappt. Okay, da ist eine Eichel mit einem Wurm drin. Scheiße, ich hoffe, ich kann das nochmal machen. Ja, perfekt. Perfekt. So, geschafft und... Ah! Jetzt sind wir uns rausgefallen, jetzt kommt da Wasser. Warum kommt Wasser aus einem Briefkasten? Oh, dieses Spiel ist so weird. Okay, aber es läuft hier voll. Und es läuft da runter. Okay, ich hoffe, das bringt irgendwas. Wir können die Nuss jetzt auf jeden Fall, glaube ich, nehmen. Zumindest können wir sie anklicken. Aber er weiß nicht, was er damit tun soll. Ja, großes Tennis. Können wir mit dem Wasser irgendwas machen? Nein. Da war es doch gerade. Da können wir uns anfassen. Da. Steine. Grüll. Kann man jetzt... Ah, ich kann mich eigentlich kaputt machen. Und jetzt... Toll. Öl. Dieser Vogel hat offenbar irgendwas im Mund gehabt, was wir haben wollen, oder so. Ach nee, das ist jetzt ein kleines, natürlich. Gott, das ist ja süß. Hat hier ein Trinity... Alter. Ist das ein Mike Tyson-Vogel heute? Ach, okay, da hat hier sein Kühlschrank ganz gewesen. Das ist verkackter all. Oh, ich hab's trotzdem geschafft. So, jetzt hab ich die großartige Idee... ...dass ich da etwas Wasser reinpacke. In dieses... Genau. Was mach ich jetzt? Warum kippt er alles wieder weg? Ist ja doof. So, jetzt nochmal. Vielleicht packt er den Samen dann da rein. Man weiß es nicht. Ne, er kippt's einfach weg. Okay, lass uns mal weiterschauen. Wir können mit dem Loch... Aber wir können das verschließen, wahrscheinlich. Ja. So, jetzt ist der Wurm da angefangen. Der Wurm hat uns ja nichts getan, aber das war ja ne Quatsch. So, kleine Babywögel kann auf jeden Fall fliegen. Hier können wir was mitmachen. Und was passiert hier, wenn wir nicht alle grau machen? Nichts. Hier. Ach, können wir auch grau machen? Ja, ich kann mal ein Steinchen hinwerfen. Oh, die Schildkröte kommt raus. Das ist offenbar wenig gut gelaunt. Ich glaube, das ist nicht so ganz das, was wir machen sollen. Oh, Wasser da rein auf den Samen und es wächst natürlich etwas. Also, mehr Wasser. Vielleicht wächst es ja noch mehr. Und... Yay! Natürlich wächst es noch mehr. Also, noch mehr Wasser. Was auch immer gleich aus dir wird. Okay, es ist immer noch keine Blüte. Aber wir können noch kein Wasser... Das heißt, wir können... Hochklettern, natürlich. Wenn du so eine gute Mütze aufst, dann musst du eine Super Mario-Fähigkeit haben. Selbstverständlich. Punkt der Mütze auf den Stand. Au. Du bist immer noch. Geil ohr! Da ist ein Knochen! Scheiße! Du musst da runter! Ich will so einen Knochen haben! Ja, ruf nochmal hallo oder alles ok. Aber wir können nichts mit dir ansteigen, oder? Nein. Wir kommen aber auch nicht mehr da runter. Achso, wir können die wieder farbig machen. Aber sonst... Das ist eine Scheiße. Was können wir denn jetzt nochmal außer da hallo rein rufen? Foto können wir nicht mehr wieder bunt machen. So, jetzt haben wir die bunt gemacht, jetzt ruf ich nochmal. Ja, wir können nichts mit dir machen. Also es hätte mir nicht Sinn, erzeugt das ganze Blödsinn. Wir sind auf deinem Rücken und kommen offenbar nicht mehr runter. Außer den Dingern bunt machen können wir nichts. Oder? Nein. Wir können hier nichts dauschen. Mit dem Bläsern können wir auch nichts machen. Was soll denn der Quatsch jetzt? Das ist nämlich statt der Reifen vor dem Blödsinn oder der Bund oder was? Wir müssen einfach mal rufen und umklicken. Wir müssen einfach mal rufen und umklicken. Da muss ja irgendwas zu machen sein. Da muss ja irgendwas zu machen sein. Moment, 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 Moment. Wo war das denn? Ne, da nicht. Wir können doch irgendwie Hinweise benutzen, oder? Oder war das bei Google? Oh nein, das war hier. Jetzt ist die Frage. Welche Taste war für das Menü verantwortlich? Okay, damit kommen wir auf den Fasenbild raus. Damit kommen wir in die Einsbild rein. Ah, da. Ja, ich möchte diesen Hinweis benutzen. Na, Moment. Spreuerung. Hilfe. Über F1. Gut. Hätte ich auch selber aufkommen können. Ja, super großes Tennis. Auf die Idee bin ich auch selber schon gekommen. Ah, und jetzt. Da unten. Ah. Ja, natürlich. Natürlich. Vögel, die Krokodilen, die Zähne sauber machen. Klare Kiste. Also, jetzt wie man es weiß. Es ist halt klar. Ne? So, erstmal möchte ich den Schatz noch jetzt hier haben. Ich mag die Sprache. So, gut. Dann jetzt. Alter, wir müssen weg hier, ey. Ich hatte aber nicht mehr viel Zeit gehabt. So wie ich das sehe.